Mein Name ist Franziska Schmidt und ich promoviere im Bereich Wirtschaftsinformatik hier an der FU. Und in einem aktuellen Forschungsprojekt haben wir das Seed Money vom MVBZ erhalten und so durften wir letztes Jahr verschiedene Podcasts durchführen und ein Paper-Thom. Und in diesem Projekt haben wir unter dem Namen Hello Diversity, das vor mehreren Jahren von Dr. Janina Sundermeyer ins Leben gerufen wurde, verschiedene Interviews mit Gründerinnen durchgeführt. Und unser Fokus dabei ist herauszufinden, inwieweit denn digitale Technologien auf der einen Seite entweder ein Enabler sein können für den Gründungsprozess und für die Entwicklung neuer Innovationen oder auch Herausforderungen mit sich bringen. Inwieweit denn eventuell offline Hürden und Barrieren sich auch online replikieren. Und genau darauf fokussieren wir uns. Wir sehen 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 uns.